Drei Dinge, die wichtig sind. Wichtig Im Notfall ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und einen kühlen Kopf zu behalten. In Notsituationen ist Ruhe entscheidend, um richtig zu handeln und Unfälle zu vermeiden. Es ist wichtig, sich regelmäßig über aktuelle Ereignisse zu informieren. Es ist wichtig, sich regelmäßig über aktuelle Ereignisse zu informieren. Aktuelles Wissen über das Geschehen in der Welt hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen. Respekt und Vertrauen im Team sind wichtig. Respekt und Vertrauen im Team sind wichtig. Respekt und Vertrauen im Team sind wichtig. Respekt und Vertrauen fördern eine gute Zusammenarbeit und steigern die Effizienz. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.